meine akku ist leider fast leer deswegen ich bin jetzt schon auf der richtigen seite ich werde es nur hören können ich habe ja kein sky kann man nichts daran ändern ich habe das geld dafür nicht also wir sehen uns dann gleich wenn irgendwas passiert ich werde einfach mittendrin einfach immer anmachen wir warten gerade gespannt auf den anpfiff also ich war jetzt steht es noch 22 minuten jetzt schon 2 zu 0 geführt ich weiß nicht was man da jetzt schon wieder macht also ich habe ich wie es raus höre spielen überhaupt kein viel was sie da machen ich weiß nicht warum hat nochfalls jetzt schon wieder so verbockt sie machen es andauernd wenn sie die chance haben irgendwie irgendwas mitzumachen macht immer den ganzen trick weg das ist einfach nur scheiße ich weiß nicht was ich machen das ist einfach nur zu wild ja